Das Hotel Grek Hotel Olympia Oasis liegt in Kylini in Peloponnes. Das Hotel Grek Hotel Olympia Oasis ist beliebt unter den Gästen, 90% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 500 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Sport- und Unterhaltungsangebote werden als sehr gut von den Gästen bewertet. Sie vergeben 5,4 von 6 Sonnen. Service. Ein hervorragender Service wird ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,2 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Zimmer. Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,9 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Gastronomie. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,9 Sonnen von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.